Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 2Farming in der Side-Serie von Stefan Schmidt und in der Hauptserie von Frizi. Was geht da? Moin! Und natürlich die anderen, der Zwölf, der Günther, der Fritz, der Kai, der Paul und der Matthies. Matthies aber ja, hi. Paul, hast du gerade eine Aufgabe? Nein. Du bist jetzt der Berghelfer, du nimmst dir den Deutz und schiebst die Kiste berghoch. Kann der Deutz das ab? Ja, muss mal gucken. Plastik kann ich verbiegen. Hallo, hallo. Trinkt ja alles immer gleich. Leute, wollt ihr Stress mit Papa haben? Können wir haben hier. Also, ich weiß ganz genau, ich wollte mir einen Deutz kaufen, also benimm dich. Ich schmeiß euch die Pastinaten um die Uhr, das ist gar kein Problem heute hier. Deutz das Beste. Und damit du das saßt? Ja. Lass das mal so im Raum stehen, ne? Hat mal einer einen gelben Sack? Boah Leute, jetzt reicht's aber. Ich brauche einen Ansturm, Sir. Ja, bin schon da. Immer einen Bergdoktor rufen, der kommt an. Ja. Ich gebe euch einen Spritzer. Na, müsst ihr reichen. Jo, danke dir. Jo. Sagt bitte frühzeitig Bescheid, ne? Ja, wenn ihr voll seid. Oh, drei Folgen lang das schon gemacht. Ja, ich hab das Malheur schon gesehen. Ja, warum kommen die denn so einen Hügel nicht hoch, die Fahrzeuge? Ja, das ist doch auch der größte Bums, oder? Ist auch nicht. Ich glaub der Hase ist da. Braucht jemand grad nen Abfahrer? Ja, ich hab 84%, also langsam könnte sie einer bereithalten. Also ich würd ne Hasenkeule nehmen. Ich komm hin. Vor dem Hasen steht noch, äh fährt gerade noch ein anderer los. Braucht der zweite auch noch einen neuen Abfahrer? Ich bin jetzt bei 89%. Wer ist denn ich, der LKW oder der Traktor daneben? Der Matthias. Ja, Matthias fährt Trecker. Ich bin der LKW-Fahrer. Ja. Und ich, Sven, löse Matthias ab. Matthias, wie weit bist du... Dann kannst du mich im LKW also ablösen. Okay, dann komm ich schon mal in eure Richtung. Ja, kannst du machen, weil ich hab 92. Ah ja, wunderbar. Gut, dass du Bescheid sagst. 97. 98. 99. Voll. Ja, jetzt auf da. Okay, da guckt der an. Wunderbar. Mach mal der das Feld. Warum kippt ihr den Kram denn neben den LKW? Ja, das frei ich mich auch grad noch. Ja, das fritzt ist das. Ja, ist doch okay. Immer ich. Nein, wie gut. So, ich hab jetzt 95. 90. Siehst du ja gleich rum? Ja. Kann ich groß rangieren. Ja. 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 Was sagen, der hat grad am Motorwagen leer gemacht. Nicht voll gemacht war ich. 99. 100. Danke. Ich hab doch noch einen Abfahrer. Oh, noch einer. Junge, Junge. Alles für den Rosenberg. Das kann er gar nicht bezahlen. Warte, dann ist es für Rosenberg schneller. Oder fahrst du daheim. Hahaha. Für den Kriminellen ist das. Hahaha. Tja, pass mal auf. Bin gleich wieder da. Erstens 200 Meter. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ja, muss die Röfer witt. Eine Stunde mein Telefon. Äh, Rosa Krausch wird Rosberg am Telefon. Was kann ich jetzt tun? Ja, guten Tag, Guido Pechia. Servus. Ah, ja sind meine Passidaten angekommen? Äh, wir sind grad dabei die zu ernten. Ne. also marie tor keine ahnung woher du das feld hast aber wir sitzen hier mit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 leute um dein feld zu ernten wunderbar weil der salu gar nicht hinterher kam weil die so lange standzeiten zu haben da muss ich leider sagen so kann ich dir keine 22 dafür geben du zahlst mir ganz aber bei der 220 die abrechnung geht bitte dann über das lohnunternehmen ihr seid ja nicht bei mir beschäftigt ihr bestellt seid ihr gerade beim stefan beschäftigt oder ja ich habe nur den auftrag gegeben ja okay alles klar dankeschön tschüss ich sage ja da geht ja nicht mehr kann es ja nicht machen und blau und blub und ich sage wir sitzen hier mit zehn mann ein paar mal ein paar mehr leute dazu getan ich sage 22 kann ich dir dafür nicht mehr geben und dann sagt er ja habe ich doch nichts mit zu tun ich habe das den 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 stefan als auftrag gegeben da muss er euch bezahlen und blablabla ja alles gut ich kann das mit stefan hau rein schreibt noch schön auf seine richtung drauf auf jeden fall wir rechnen das so aus guido dass wir 190 dafür bezahlen und die differenz bei stefan mit auf der rechnung stimmt ja hat sich doch nicht mehr ganz so freue mich jetzt schon nicht auf die zuckerrücken hier aber das machen wir anders da machen wir dann mit einer miete und mit einer maus und einer hier ernten liegt doch eine miete und dann warte mit der maus ab ja das wäre glaube ich bei diesem feld das einfachste ja ja ganz aber mit bastina geht das leider nicht leider nicht mehr und irgendein lk traktor müssten wir mal das lenkradöl ja ich glaube das ist papa matthias matthias den namen hat er jetzt auch weg bald nenne ich mich um jeder kollege in dem deutsch der hat auch den besten job ja lässt sich aushalten jetzt voll unter kontrolle ja voll ist der trakte den ich hier habe mit dem anhänger ja also 68 prozent gibt gas ich bin da die du weißt du jetzt schlecht gefrühstückt oder ja keine power mit gerät hier kann man jemand anschubsen kommen ja ich bin gleich da super wie schnell fährst du stefan also kann ich mal eben pause machen hier an der seite oder was ja dann mache ich das dankeschön die flasche auf jaja schon klar so ein habe ich als firmen mit inhaber das sind ja schon direkt zwar hinterher weil hat die richtige wahl stefan nach der bahn bin ich weg so da ist er voll ich dachte er haut ab der kam denn hin zu mir an den hof wo ist der zu mir einmal in den osten wie viel hast du schon drin wenn 45 prozent 26.000 also wir schaffen noch bitte was ja 26 ja da ist so ein wof noch im wald ja genau da kommt der bergdoktor wunderbar das ist ja süß der kleine anhänger da ja aber besser als nichts ne das stimmt kann man es meinen hier vom haase hier von dem von dem vielleicht ob das ein hof ist so klein war das da von sepp ja wollen wir jetzt hoch runter fahren hier ja ja ich war jetzt oben runter ja ja gut ging doch ein bisschen schneller als erwartet ne ja viele hände schnelles ende ja jetzt sind noch zehn leute hier am schaffen ne mindestens mach mal nachher noch die klar also mit der esch oder du die feinheiten die an den seiten noch sind und du jetzt aber wir lassen sie einfach stehen ja ach das würde ich mit dem unterflüten ach das würde ich mit dem unterflüten für rosa ja mit der mingel ich fahr zur tankstelle braucht noch irgendwer was monster pippen ja fiefi roll pippen 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 wasser melode ja bin ich dabei mango man muss auch eine gute mischung ja ich habe jetzt eine schöne mischung da ist gemacht ich guck mal gerade mango guave zitrus ananas und sowas drin netz ist gar die jetzt schon sein eigen durchs lösche extra sauer oder hier von der dampfe extra sauer das silo was hier mitten entsteht ja schon mal 80 prozent voll jetzt ja schon einer wunderbar und der bergte schon mal ja und du bist langsamer geworden mein tempomat auch doch voll weiter super der fettende ich weiß ich er muss noch die gänge sortieren ich bin glaube ich ein bisschen überladen in den beiden hängern das war auch jenseits von gutem ja das reicht danke ja bitte warte ich bin kurz eingeschlafen oh snapping mattes halt dich bereit wir sind bei 90 prozent ich bin am start mann 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 was hier runtergekommen sein muss ey mich so interessieren ja aber das werde ich ja noch erfahren wenn ich ihnen das geld zahlen muss dann bin ich mal gespannt was da auch von meiner rechnung gesagt oder hilfe brauchst du doch gerne bescheid ja ja rechnung schreiben können wir gut dann fahrt so mattes du kannst jo reicht vorsicht jungs die van dick steht ja am feld dran so bike geht ja mal einen schönen erotischen dance hinlegen ach wir müssen ja auch getanzt haben wir heute schon ne gemeine versammlung einberufen ach so was wofür das wirst du dann sehen du willst 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 du dann sehen du kannst dich gar nichts sagen du wirst dann sehen wenn es soweit ist du bist dann sehen wenn es soweit ist du bist dann sehen wenn es soweit ist wie hieset früher hier am teamspeak findet ihr jetzt hier heraus ja achtzig ich glaube ich brauche schon mal einen abfahrer hier langsam ich brauche noch ein bisschen ich glaube ich gebe gas ich habe hier immer noch meinen Elke wieder stehen ich weiß ja nicht was Fritz schon wieder macht ja ich bin am arbeiten aber du bist dann am arbeiten 90 also soll ich mich einfach hinten anstellen ich dachte der Fritz wäre zuerst dran ah ne er fährt ich bin Inhaber ich muss nebenbei auch Tätigkeiten erreden also machst du gerade Pause oder was ach ja ach ja ach ja ich weiß ich weiß was der macht was denn Pause wie die Liste erstellen richtig ja also ich dachte einordentliches Reisen in der 05er Klasse wir haben es bald geschafft Jungs ja du musst auch lenken boah boah ich wäre fast ein Feuerwehreinsatz geworden ach gratsch ich hätte mir die neue Drehleiter testen können ja Guido und Sven da habt ihr eben eine schöne Vorfügung verpasst warum der Drehbach hat jetzt eine Drehleiter wow oh ja heißt nicht so spannend wie ihr sagt so ich hätte mir schon vorstellen dass so eine Drehleiter lustig ist ich dachte wir haben wir einen schönen großen Kran an den Handeln ja echt haha ja damit habe ich heute Sven seine Kaffeetasse ins Bett gebracht ui der Landhandel denn auch verdichtet was der Landhandel auch verdichtet ach so ja weil Kranplätze müssen verdichtet sein also es wäre ganz schön die die wir ich man kann eben auf dem ab ich bin jetzt immer da ich entscheide dann wenn du nicht da bist bevor ich den 1050 gekauft habe stand ich ja kurz bevor den 990 zu kaufen wieso hast du den nicht 90090 geht nur bis 300 ps so rum richtig 300 305 so rum stärker ist ja 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 ist schade aber ist halt so maximal noch vier bahnen würde ich jetzt sagen so aber bei mir schon feierabend ich glaube beim guten stefan und siegfried noch nicht ich habe mich noch ein termin deswegen meine folgen ein bisschen kürzer schaut aber auf jeden fall bei den anderen zwei vorbei dort könnt ihr beim zeitkanal vorbeischauen findet ihr unten in der video beschreibung schaut gerne dort vorbei ich verabschiede mich vielen vielen lieben dank fürs zusehen schaut auf jeden fall zur nächsten folge vorbei schreibt einen netten kommentar ein däumchen nach oben natürlich ab und die die channels abonnieren locker aktivieren und natürlich immer cool sein in denen sie das und bis zum nächsten mal